Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um das Galano Rennrad 700C Vuelta STI 4. Wenn du noch nicht genau weißt, ob dieses wertige Rennrad für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon Angebot zum Rennrad unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. In der Tat ist ein hochwertiges Rennrad schon eine feine Sache. Damit ist man wesentlich schneller als mit dem herkömmlichen Rad unterwegs. Allerdings muss man hierbei in der Tat auch öfter mal ein bisschen mehr Geld ausgeben. Ich bin allerdings der Ansicht, dass sich das definitiv lohnen kann. Bei diesem Rennrad hier gefällt mir insbesondere die Qualität des Rades wirklich ausgesprochen gut. Klar ist es vielleicht nicht das günstigste Fahrrad auf der Welt, aber ich bin der Ansicht, dass die Qualität das wirklich wettmacht. Es soll ja auch jeder Radfreund selber entscheiden, wie viel er für sein Hobby ausgibt oder vielleicht sogar auch Rennen damit fahren möchte. Das ist ja theoretisch auch möglich, wobei ich mir da gerade nicht sicher bin, wie die Bestimmungen sind, was das Rad da für Voraussetzungen haben muss oder so. Aber tendenziell ist das auf jeden Fall ein sehr hochwertiges Rennrad. Der Preis ist in meinen Augen fair, auch wenn es jetzt nicht das günstigste Rad auf der Welt ist. Ich finde auch die Optik echt schick und cool. Also das ist schon ein stylisches Rad, wenn man damit unterwegs ist. Das macht schon ordentlich Laune, würde ich sagen. Und genau darum geht es ja auch, um den Spaß beim Fahren. Und ich bin der Ansicht, dass dieser hier gewährleistet ist. Auch die Sicherheit würde ich positiv einschätzen, weil dieses Rennrad schon einen sehr hochwertigen Eindruck auf mich macht. Und jeder, der sich ein Rennrad kauft, der wird nun mal auch ein bisschen schneller unterwegs sein, als jetzt jemand, der einen BMX oder so kauft. Und deswegen halte ich hier die Qualität für unglaublich wichtig, weil es eben auch für die Sicherheit großen Einfluss hat. Von meiner Seite aus gibt es für das Rennrad auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Das Amazon-Angebot zum Rennrad werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch schon die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles Gute. Ciao.